Servus Leute! So, das mal testen wir mal die Honeybetscher von Funke. Das sind P1 Schwarzpulvervielger aus 6 Gramm. Einnehmen die Stock. So, Gegenstück gehört zu der King. Schauen wir mal was das da so kommt. Man hört, das soll nicht schlecht sein. Oh ja. Für Schwarzpulvervielger ist das echt nicht so schlecht. Dann haben wir noch einen raus. Oh, ein bisschen leichter. Alter. So, mit dem dritten noch. Nicht schlecht, nicht schlecht. Nicht übel, der Dübel. Also, dann bis zum nächsten Mal. Und 10 Fuß. Nicht schlecht. Also, der Dübel los 3 spareeren. donuts, zumindestometfer 4. Titulip für Schwarzpulvervenin. Betrinal leg too.